So Leute, hallo. Oh, Loch. Oh. Öh. Ja, ich muss mich hier irgendwo wieder reingraben. Das ist ein 4. Sollte ich mich recht erinnern, ich hoffe das mal jetzt richtig, weil sonst wäre ich jetzt im Arsch. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ich mach's jetzt hier. Naja. Wenn's nichts wird, dann hab ich euch verkackt. Alles. Und tschüss Welt. Verdammt, und tschüss Welt. Hier doch. So. Auf, auf in den Boden. Tja. Es ist doch im Grunde... Wie jetzt? Ach genau, stimmt ja. Es ist ja im Grunde immer dasselbe, ja? Immer wieder in diesen Boden rein. Und immer wieder runtergraben. Es geht tiefer, tiefer, tiefer und tiefer und nächste Spitzhacke. Es geht tiefer und tiefer und tiefer und so weiter. Ich mag Gravel nicht. Ich mag Gravel wirklich nicht. Naja. Mit Gravel muss man auch klarkommen. Hm. Irgendwas. Es prägt Geld in meinen Bauch, Nabel. Irgendwas. Ach, wachst du mal. Und ich glaube, wir haben's geschafft. Irgendwas ist hier. Ist es jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, ich gucke jetzt mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es ist richtig. Und zwar einfach das hier platzieren. So. Perfekt. Was dann heißt? Dazwischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder? Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gravel. Das wird drei, vier, fünf. Okay. Fünf Zwischenstücke. Dann kann man Gravel. Scheiß erstmal aus der Leiste nehmen. Rennen. Mann machen. So. Was jetzt auch relativ witzig war. Ich habe ja gesagt, ich habe noch drei Sachen zu tun. Und ja, ich habe gemerkt, dass das irgendwie voll der Fail war. Weil ich wollte zuerst ja. Weil ich habe bei so einem gesehen. Ich glaube, es war Minecraft Sven oder so. Ich habe gesehen, dass der da hat so eine Farm gemacht. Und dann so mit die Tiere dann mit Weizen angelockt. Ja. Also so mit Tiere. Die Weizen, Herzchen und so weiter. Tiere. Und ich wusste nicht, dass es ein Mod ist. Und dann dachte ich mir erst so, ey, genial. Ja, als ob Creeper, ne? Wollte sich schon wieder anschleichen. Und da dachte ich mir halt so, ja, das mache ich auch. Einfach geil beim Let's Play so eine Farm machen. Und so trainieren. Wobei ich es noch nicht versucht habe, weil ich habe dann auf dem Server, habe ich dasselbe versucht. Bei Minecraft Server. Und naja, das Resultat war ganz einfach, dass es nicht geklappt hat. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja ein Mod, was der da macht. Oh, 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 Mensch, da habe ich mir jetzt aber ganz schön, ganz schön hier... Das ist ein Einlauf. So, hallo. Dann Sandstone hier. Hier sind die tückischen Löcher. Hier müsste irgendwo das... Was ist ein anderes Loch? Aha. Hast du Lust da rein zu hüpfen? Ich versuchte mal rein zu schupfen. Nicht, du Spasti. 1, 2, 3, 4... Was? Ich glaube, das hat gerade geklingelt. Ach, egal. So. Dann haben wir uns wieder hier rein. So. Naja, okay. Ich habe jetzt auch... Beziehungsweise in Bezug zu meinem Kanal habe ich eine kleine Idee. Theorie aufgestellt. Oh, beziehungsweise... Naja. Okay, einen Moment, Leute. Da klingeln die beiden. So, bin wieder da. Die müssen wir mit noch was. Nur so ein paar Angestellte. So. Also. Was ich jetzt sagen wollte zu meinem Kanal, es ist so, dass... Wie sagt man? Also, ich denke mal, wenn ihr mich so ruhig führen wollt, so wie ich einfach nur scheiße labere, wie ich halt mache, so bla. Und ja, kap. Und ja. Wenn ihr das hören wollt, dann ist das Minecraft Let's Play für euch gut. Aber wenn ich mich... Wenn ich jetzt zum Beispiel schimpfen soll, ausrasten, so... Wenn ihr sowas hören wollt, dann müsst ihr bei... Bei MW2 und bei... Ach, wie heißt es denn? Bei Eragon. Bei Eragon Teil 6. Teil 6. Eragon Teil 6. Also so ab 15, 20 Minuten so. Top 1 A ausrasten. So, jetzt gucke ich hier. Verschließen das Loch. Okay. Und nur beim letzten Loch. Run. Ja, da könnt ihr doch mal reingucken. Oder, ich weiß nicht, Warcraft, jetzt müsst ihr halt immer für euch rausfinden, so. Weil ich habe halt bei jedem Spiel eine andere Art drauf. Jetzt bin ich ruhig, red. Denk nicht nach, über was ich red, aber das mache ich eigentlich nie. Und in anderen Let's Plays ist es halt komplett anders. Wenn ihr jetzt nehmt... Weiß nicht, wie ich im Warcraft 3 Let's Play... Also da lade ich im Moment auch sehr wenigen hoch. Das wird irgendwann anders noch hochkommen. Wow. Irgendwie hatte ich halt so richtig das Gefühl, dass es vielleicht Boom macht. Aber irgendwie... Hat das sich dann doch anders überlegt, der Creeper. Komisch. Sonst sind die Creeper ja nie so nett. Schnurze Spinne. Mal gucken. Ah, hier ist es, glaube ich. Was ist dein Problem, du Viech? Okay, hier geht es runter. Ich darf hier nur nicht runterfallen in diese Löcher. Ich will schauen, ob ich den hier irgendwie reinkriege. Und tschüss. Ach, wie herrlich denn das Ganze da reingefallen ist. 1, 2, 3, 4, 5, check. Hier einbauen. Und runter. Ah, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kurz, einen Moment. So bin ich ja da. So. Ich war gerade eben weg, weil wegen Kohle. Und, tja. Kohle ist halt so ein schlimmer Finger hier. Der lockt mich hier vom PC. Dass ich ihn nicht mehr machen darf. Also nicht mehr. Dann hier. Und das. Und das. Und das. So, dann sind wir fertig. Okay, weiter nach unten. Und den nächsten drei Blöcke schon wieder eine Kohle vorkommen. Oh Mann. Das ist ja, das ist ja voll hier. Oh ja, Kohle. Kohle ist Kohle. An Kohle wird es uns, glaube ich, nie in diesem Spiel mangeln. Oh, perfekt. Da haben wir Eisen drauf. Am besten jetzt noch an Arschluss an das Eisen. So ein Gold. Und dann so ein Diamant. Und so ein Redstone. Und dann wieder voll geil. So. Ja, dann hier. Genau. Dann das Eisen. Wer hätte sich erwartet, dass es mich da so zwei Blöcke runterhaut. So, dass ich mich da irgendwie rauskramen muss. Typisch Eisen, ne? So. Um uns wieder weiter nach unten zu bauen. Also. Einmal noch unten bauen. Oder einfach nur Maustaste gedrückt halten, wenn ich auf den Boden schaue. Hallo, Kies. Oh, was geht, Alter? Ist langsam. Ich komme mir dem Grund immer näher. Ich weiß nicht, wieso habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwann in meine eigene Pilzfarm rein trappen werde. Das ist so ein Gefühl. Also nachdenken könnte man da eigentlich eine gute Monsterfalle draus machen. Aber zumindest mehr oder weniger. Und weiter den Boden auffüllen. Und zack. So weit, so gut. Und ich facke ihn hier ab mir. Ja, das sieht doch gar nicht so. Das sieht doch gut aus. So. Schnell runnen. Klettern. Oh, Mann. Oder ich hätte es mit den Leitern gemacht. Sonst hätte ich da ewig diese komischen Treppen entlang gehen können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Leitern nicht schon dann genug wären. So, lass aufjetzt mal diesen ganzen Stein hier los wären. Hüpf, hüpf, hüpf. Kletter, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Kletter, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Kletter, 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 hüpf, hüpf, hüpf. Oh, ordentlich. Muss nur mal so nebenbei, hä. So. Rein in die Gute. Auf. Na, was haben wir denn hier? Ja, Bohnenmeer. So. Wir gucken, dass ich da nicht zu viel kriege. Wie jetzt das? Ah, genau, jetzt muss ich noch ein Knochen mehr und dann geht's auf. Ja, genau. Jetzt können wir das wieder reintun. Perfekt. Ah, okay. Was da rein? Da. Nicht so, aber hier. Da haben wir es noch was. Und das hier reinwerfen. Und hier. Ah, jetzt gebe ich erst mal wieder in den Keller. 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 Kohle. Kohle, Kohle. Umdrehen. Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Cobblestone wird wahrscheinlich ganz sicher die erste Truhe, die voll wird. Könnt ihr was wetten, ey. So, den ganzen Weg wieder hochgehen. Und gucken. Ist alles leer? Ja. Sehr gut. Das würde mich noch mal interessieren. Ohne diesen Mod, wie soll man es denn machen? Also ich, 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 das sollte wirklich mal umgesetzt werden, weil dieser Mod ist schwul. Ah, verstehe, so funktioniert das. Also wenn du da nicht genug Platz bist, schmeißt es einfach mit Kacken um sich, das Teil. Also ich finde das schwul ohne den Mod, weil das fände ich schon echt super, wenn wir da so einen Farm machen können, die mit Weizen füttern. Und ich meine, die Idee ist doch genial, ey, Weizen. Und dass die dann halt einem folgen, so wie Hunde und und so weiter, ne? Naja, Notch, das musst du auf jeden Fall spätestens in 2.0 einbauen. Spätestens. Obwohl, das kann ja auch sein, dass er vielleicht die Minecraft 1.9, hm, das könnte sein, dass das in der Minecraft 1.9 App pre-release ist und er hat die benutzt oder so. Obwohl, dann geht der Server jetzt nicht so, hm, aber ich kann mir da keinen Reim drauf machen, wie es funktionieren soll. Genau, also hier wollen wir ja hier nochmal eine Pilzwarme, ne? Hier ist alles schon reif, gucken wir mal. Steht alles noch, oder? Okay, gut. Aber wenn es nicht mehr steht, muss ich das aufhetzen. Ab ins Haus. Da haben wir auch noch ein bisschen Strings. String Tangas hier. Und. Oh Gott, Sand. Ich glaube, wir sind da Sand hier. Mal gucken. Ah, einen neuen Helm. Also ich möchte alle rein. Zwei Helme machen. Und ein paar Stiefel. Einen heranziehen. Und das andere heranpacken. Das hier schauen. Okay, da können wir hier wieder stark unten rein tun. Und ich muss ja eigentlich echt mal das überlegen, von wegen Essen. Wir werden halt Meloden optimal, aber Meloden sind so leicht zu kriegen. Fail. So. Gehe ich wieder hoch? Mhm. Hm. Hm. ich gehe jetzt mal hier so vip so ich muss hier kurz was entsorgen gehen fail dann habe ich jetzt nicht gerechnet die kacken doppel fail genau das hier also nicht so dass wir hinstellen aber dann hier so verdammt wie soll ich das jetzt machen boah war das knapp das muss ich jetzt den ganzen boden hier nochmal aufreißen so scheiß jetzt nochmal zu sandstone oder weißt du was du hundern noch mal ein ok hier hoch aber jetzt sollt er mir ja es ist ja perfekt was das helme an der scheiße da rein gemacht na ja 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 gut dass ich mich gerade nicht darauf sterben lassen wenn ich es gerade eingefallen habe mir die ganzen sachen auf den kaktus gefallen fuck hab ich da noch gar keinen bock drauf gehabt das ist eine super motivation gewesen weiter zu zocken und die ganzen gegenstände auf den kaktus fallen ok was haben wir denn hier alles eine music disk ah Leute ich bin kurz weg so ich habe eben einen moment geguckt was denn die jukebox benötigt so dass ich den shit da mal abspielen kann jetzt mal gucken ich wollte jetzt was zu fressen so ach ja genau nein irgendwas ach genau ein redstone 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 wieder hochfahren so ich muss gerade mal überlegen nur so naja warum soll ich jetzt für den diamanten eigentlich so geizen ich meine bringt mir auch nichts wenn ich die ganze zeit welche die nur auf spar dann werde ich die zu langsam aber sicher verbrauchen naja so jetzt erstmal hier machen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so warum 2 das seht ihr gleich so jetzt haben wir die beiden hier jetzt muss ich überlegen wo ich die jetzt hier ein da kommt es doof da kommt es auch doof da kommt es eigentlich überall doof da auch da auch da auch ich guck mal irgendwas wenn ich jetzt die jukebox hier rein packe und jetzt nehme ich meine disk hier und verstehe und dann müsste ich die es genau genau die kommt oben raus shit so was dreckiges hm hab ich da erstmal nochmal ein sinstone rein ober sinstone da kann ich den erstmal wieder reinpacken hab ich den wieder rein und überlegt weil das manchmal so wenn ich theoretisch also einmal jukebox wie ist es aber not block und so mache ich das so fahre da geht es das dann wie jetzt ja das ist die christlichen töne lasse man hier wieder ausfallen Oh Gott, geh mir weg mit deinem Scheiß-Tohlen. Oh, das macht mir Angst, das macht mir Angst. Ja, Creeper, weißt du was? Komm mal her. Tja, Pechkab, ne? Oh Mann, Jukebox-Notebook, ha. Ich hab keine Single-Idea, wo ich das platzieren könnte. Warte mal. Jetzt hab ich ne Idee. Oh, endlich hat das aufgehört, ey. So, jetzt da. Hier war ich sie hin. Oh Gott, diese grässliche Musik, Alter. Ach so, das ist gar keine Musik. Das ist der Sch... Oder? Ah, das ist immer noch diese grässliche Musik. So. So. Eben ist das Wort verarbeiten. Bam. Hä? Ah ja. Ich will sonst das zum Studio hin. Ach so, du bist mir das nicht wirklich. Erzähl mir jetzt nicht, die kann man nur aufspielen, wenn drüber Platz ist. Ach, fuu, Alter. Hüh. Was soll ich die alle wieder abbauen? Oh Mann, ich dachte immer nicht, das ist so geil, das ist zum Studio hin. Geht nur mehr nach, plötzlich. Hm. Muss ich mir was Neues einfallen lassen. Du möchtest so einen Launeaufzug oder so ein Shit. Verdammt, man muss hier immer einen Platz drüber freilassen. Sowas doof ist aber auch. Neue Idee. So. Full Leather. Jetzt kann man hier keine Pleiten platzieren. Weißt du was? Das liegt total im Arsch, ey. Mach ich mir halt irgendwo anders eine Soundecke, wenn es in meinem Haus nicht geht. Puh. Hm. Mach ich mir da mal ne Soundecke. Hm. 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 Na gut, der schon. Ach, ich werde sauer nicht. Ich check das gerade, Freunde, was ich hier machen will. Ich platziere uns unterricht wieder. Was ist denn eine bisschen lose Aktion? Ich peile nicht, wo ich meine Dinge machen soll. Hier, da kommt er, da kommt er. Scheiß machst du. Explodieren am Arsch. Oh, das sind Knochen. Knochen sind gut. Wieder war kein Knochen. Das ist ein Fail. Ich habe da irgendwo ein Knochen gesehen. Hm, naja. Oh, Leben. Ja, Leben ist immer wichtig, ne? Wenn man im Leben ausgehen, wird es doof. Ich würde noch so viel von das haben. Wo habe ich jetzt? Ja, ich muss ja da ja schon wieder ein paar platzieren. Scheiß drauf, da esse ich halt einfach. So. Wo soll ich die Notebooks hier irgendwo platzieren? Wo soll ich die Notebooks finden? Ja, da ist nix. Hm. Ich gucke noch mal in den Keller. Vielleicht ist da irgendwo Platz. Ich gucke noch mal in den Keller. Ich gucke zwei. Haste da beschissenes Loch rein, du Bastard. das ist ein stone ihr hüpf, geh doch hoch warum gravel, warum alles ausgerechnet, nur nicht gravel zum kotzen, wie ich es hasse, dieses tricks zeug, so ein mist, genau mehr es muss natürlich passieren nichts ich hol mir eine neue Schaufel so und Schaufel bitte ok Piss dich gravel, weil ich mag keine so 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 warte mal das macht ja keinen Sinn jetzt macht das Sinn das ist wieder ungerade ich hasse ungerade zahlen was jetzt so spießig ist aber so also eigentlich habe ich nichts ohne ladezahlen auf minecraft, dass ich sie hallo kohle hallo hallo lass mal die kohle abbauen hier wenn die kohle abgebot ist, ist der miner glücklich so dann baue ich das wieder zu und die decke wieder voll oh ey na das ist so ein dreck oder in diesem fall ist es so ein gravel so hochfahren ich überlege noch wie ich das machen soll ähm dann mache ich mir nochmal irgendwas flint erstmal rein das da ne ich würde da rein so dann was wollen wir hier so das Eisen hier in die Tasche so so oh man oh man oh man oh man oh oh puh enderpearls die in diesem Patch dann noch total unnötig sind kaktus das wollte ich die anzeigen ach genau halluzernstone ach scheiße du war was gerade zu stark reinhauen so so hier zumal es wäre der dj So. Perfekt. So und dann. Ach genau, hier oben noch. Ah, was ist ein Dreck. Jetzt wenigstens die Zahl gerade. Und es liegt noch ein Scheiß. Ah, logische Höhle. Ah ja, toll. Jetzt ist es wieder ungerade. Dreck. Ähm, Stein. Einzelstein wenigstens gerade. Ja, ja. So. Nein, hier musste ich noch Stein nachbauen. Oh Mensch. So weiter. Yeah. Da ist mir leider aufgefallen, dass es da unten schon wieder nichts bringt. Das muss ich mir mal belegen. Auf dem Boden sieht aber auch scheiße aus. Meine Füße. Aber jetzt so. Ganz easy einfach. Können wir jetzt? Yeah. Ich fühl mir das hier voll wie ein Beatmaker, ey. Okay. Den hier einen Scheiß reinhauen. Den da auch. Den da. Äh, mich jetzt. Oh, der Schlag ist voll. Cool. So. Prima. Die Music Disc. Tue ich mal wieder rein. Und. Guck ich mal wegen Baum. Ach, na gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Schnitt. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dann.